Leichte Favorit, auch von dem Bilanz, jetzt erstmals Aufschlag, Gerasimenko. Und da haben jetzt auch die Schiedsrichter gesehen, dass der Ball am Trikot war. Faire Geste von Habesohn. 6 zu 4 für dieser und hat jetzt eigenen Aufschlag. Und den ersten nutzt er gleich. Würde, aber das ändert sich ja auch schnell, ein, zwei gute Punkte. Und vielleicht, dann habe ich so ein... ...dichter Druck sehr hoch in den nächsten Sätzen. Und er macht Satzball Nummer 2, wichtig jetzt, oder wünschenswert für den Österreicher, den Schwung... Auch im dritten Durchgang. Auch im dritten Durchgang. Den macht er super Ball weg. Vierten Einzel des Tages. Habesohn führt... Und der ist jetzt... Ja, und das... Und der war sehr gut, das heißt es jetzt abzuhaken. Ja, und auch das... ...sicherlich ein Anwärter zum Ballwechsel des Tages. Super gespielt von beiden. Super gespielt von beiden. ...eigener Aufschlag. Und so auch diesen... ...zehn... Und er nutzt den Rückschlagfehler von Daniel Habesohn. 11 zu 9 geht der fünfte Satz an den Grenzhauer. Gewinnt somit... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020